ja Hallihallo werte Freunde willkommen zurück bei Let's Play Dishonored mein Name ist Mr. Karten und wir sehen uns hier auf dem Kanal von GamerInsel.de so wir müssen jetzt irgendwie da nach unten zu dieser Rune und zu Oberaufsee Campbell den wir eigentlich töten sollen und ich habe die Tür einfach nicht gefunden ich habe aber im vorherigen Part kurz dann nach der Aufnahme noch nach einer Tür gesucht und habe ja auch irgendwo noch eine Tür gefunden die nach unten ging wo war die jetzt war die hier hier nein oh man alter die war vorher irgendwo kann doch gar nicht so weit sein war die hier hier ne ah hier war sie okay gut dann knöpfe uns hier mal den Oberaufseer Campbell vor der ist hier unten ah da haben wir hier irgendwas der steht da vorne wir müssen jetzt nur aufpassen dass uns der nicht gleich sieht der kommt jetzt warte ich guck mal so um die Ecke wie töten wir denn am besten Bolzen wenn wir hätten aber wir haben kein Bolzen egal jetzt ist er sowieso beschäftigt und auf Wiedersehen ziel eliminiert so Beutel Pistole wunderbare Musiker und wunderbare das ist sogar ein bisschen lockern durchsuche das Archiv nach Information das Fest der Fuge blablabla langweilig dieses Bild kann ich nehmen sind 300 Münzen okay dann mehr noch Münzen 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 das hat der Oberaufseer nur hier unten wieder gemacht ne Teubungsbolzen meine Mädchen oh das müssen wir lesen ich weiß nicht wie mein Vorgängerin damit umgegangen ist aber wenn eines meiner Mädchen versucht sie zu erpressen schicke ich okay egal das ist langweilig so ich mache das genau musste ich jetzt machen so hier ist die Rune ähm ne ne warte ah kaiserliche Dekorplatte okay Pistole eine Gasmaske 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 Egal Rune Glitternei der weiß zum Klipp Alter das ist alles so viel Text in diesem Spiel sonst gibt es nix einen Audiographen in dem wollen wir nicht das ist so lang das dauert so okay ähm warte mal wie viel Runen haben wir du hast 3 Runen ich möchte 4 Runen genau das alle Gegner beim sterben zu Asche werden weil da muss ich die Leiche nicht immer verstecken ansonsten gibt es erstmal nichts wichtiges was wir brauchen genau dann brauchen wir jetzt nur noch eine Rune da haben wir leider alle aber ich weiß trotzdem jetzt nicht wo genau ich hin sollte ich sollte zum Destillierbezirk ach wir müssen zu Samuel ne wo geht's hier hin zu den Zwingern ne ich will nicht zu den Zwingern Destillierbezirk wir müssen zu Samuel glaube ich hoffe ich mal gucken wo ist der überhaupt der ist da vorne wartet dann müssen wir hier durch diese Tür ja ja in den Händen aufgehen Büro des Oberaufsehers spielt so ich jetzt hoppala da gab es einen Leck haben wir hier auch wir haben mal Knochen etwa und eine Rune die holen wir uns gleich alter was waren das hinten da für ein 4 habt ihr das gesehen grad hab ich irgendwie noch bolzen ja ich hab die betäubungsbolzen so dann können wir uns erstmal den vor der wird gleich zu Asche dann so ich will die Rune da vorne haben warte ich brauche hier ok so da Knochen Artefakte haben wir auch noch ein paar die nehmen wir natürlich auch alle mit da ist vorhin grad so ein komisches Vieh lang gegangen da will ich erstmal nicht gehen da hab ich Angst so wo ist meine Rune die ist da drin die ist gleich direkt vor unserer Nase ähm Werkstattschlüssel erforderlich jetzt sagt bloß ich komm da nicht rein nein oh alter was nein na klasse uah drück drück j lass dich von oben auf deine Gegner herabfallen und drücke linke maus kurz bevor du auf dem land ist um einen Falkenangriff auszuführen du leidest durch den Sturz hier können wir übrigens in diese Werkstatt warte mal da kommt schon die nächsten wir wissen dass du hier bist dann machen wir doch gleich mal so ein Falkenangriff ne wow alter wer schießt auf mich egal ich möchte meine Rune ok ok so und jetzt gleich mal hier Schattenangriff ja ok weiter wie stufe 2 können wir es gar nicht ausbauen ok das ist doch kann ich sagen hier noch explodierende Hunde Lenktür hier Lenktür warte das kann ich bestimmt hier irgendwo anbringen damit war ähm hallo soll ich mit dem Rad hier gehen wir erstmal hier hin eine Granate ah ich kann nicht mehr tragen alter hier ist so viel ah bolzen so viel zeug zu lesen bolzen wunderbar so was auch in den Westen die Abbrüste damit abholzen das ist schön soll ich mit diesem Rad davor alte sie viel zeug oder so viel text irgendwann mal die Mann leist schau stopp probier's ruhig nochmal hä kann bleiben weil ich mit dem machen soll ok was ist hier noch thyanisches Erz Spieluhr Notiz ok Aufseher Spieluhr von Musikinstrument der Aufseher desorientiert und dann hör auf ich will Magie einsetzen ha ha so jetzt ich muss jetzt irgendwie noch diese Wachen hier ausschalten wo sind die treff mal den halt oh mein Gott oh den Hund auch nein oh na toll ok ach ja alle Gegner wären ja jetzt zu Staub aber der eine ein Wachmann müsste doch noch hier sein eigentlich was ist das hier alter alles Notizen wer lest sich denn das durch wer spielt denn Dishonored und lässt sich dann den ganzen Mist hier durch Junge 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 ja ok da gibt es bestimmt irgendwelche crazy Typen so wunderbar 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 ist hier noch was nein mein Freund ich sage doch mir geht es gut warte mal komm her oh alter der will auf uns schießen ho 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 das war gefährlich wer hustet alter Schwede ist das viel zu lesen Junge so ist hier noch wahrscheinlich ein herumtreiber tja auch wie das Moment jemand ist tot jetzt habe ich dich man alter der merkt es natürlich nicht alter geköpft oh wie geil Junge 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 jetzt haben wir warte wir haben doch noch die ganzen Knochen Artefakte fällt mir an der warte 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 hier brauchen wir dieses Rad warte warte das holen wir uns das holen wir uns mal gucken was da drin ist die Lumpengräfe wird uns immer noch angezeigt ich weiß überhaupt nicht was ich noch bei dir oh hier sind noch ein paar moin alter köter oh Junge du schießt auf uns warte 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 wo kommen die ganzen Hunde her oh mein Gott er beißt meinen Arm ab was das was das hä wer will noch aufs Maul Junge ich will dieses Rad so Junge 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 das war heftig das war heftig jetzt haben die sogar schon Wachhunde was kommt als nächstes so funktioniert das überhaupt ja funktioniert wunderbar wusste ich doch gleich ist einer tot oder schläft einer ich hoffe mal der ist tot ach das geht mit der Zeit wieder zu hoffentlich kommen wir hier wieder raus ist der tot ja der ist tot Knochenartefakt was für ein Knochenartefakt flinker Schatten du kannst dich im Schleichmodus etwas schneller vorwärtsbewegen glaubt sie mal packen wir doch dir mal auf und freien Leben Notiz Buch äh wenn ich ok ok ähm halt stopp hier kommen wir raus oh 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 was ist das da unten hier warte na zu Schiffversamen ach das da unten ist wahrscheinlich der Schiffversamen Gott sei Dank habe ich den nicht umgebracht so so ich will aber erst noch warte wir haben noch da oben hat jemand gesehen egal wir haben noch ein Knochenartefakt da vorne da holen wir uns Knochenart Knochenartefakte wieso Fakte immer Knochenartefakte und Runen holen wir uns so gut wie es geht alle bist du tot? ja warte pass auf du wirst mal hier bestattet damit du mir nicht direkt hier in der Straße pennst oh ja oh 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 kaboom tja so kann es gehen ne scheiße gelaufen wie wie soll ich denn da wieder hochkommen Junge warte mal da muss ich irgendwie ein bisschen ein bisschen tricksen hier warte mal gehen wir erstmal hier hoch dann hier hoch nein so hier und hier und hier ah ja ja mal gucken was war das? das war ein stolper dreiter aber hat das was bewegt das? ah das war nur ein armbrustbolzen ok dann stecken wir weg da stecken wir weg da unten sind doch bestimmt noch gehen ja ratten aber warte hier ist auch mal eine Ruhe irgendwo wir machen das jetzt mit den ganzen warte warte ah ich hab die idee pass auf wir haben doch irgendwo ah ha 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 oh so so und was so einfach geht das eigentlich ne wo ist die das Knochenartefakt hier oh warte mal ja alter ich will nicht auf dieses Regal zack Knochenartefakt so was machst du so sehr haut deine maximale Gesundheit wurde leicht erhöht so was können wir den Leichen bestatten kannst du etwas schneller bewegen wenn du wir tragen keine Leichen weil die sowieso zu staub zerfallen von daher ist dieses Artefakt sowieso sinnlos so aber wir haben erst fünf von ähm sechs Knochenartefakt von daher fehlen noch eins äh äh egal so ich muss jetzt wieder oh 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 alter oh ratten die ratten sind die schlimmsten Gegner im Spiel alter ich sag's euch mit Abstand die schlimmsten Gegner im Spiel ja ich könnte jetzt noch rum suchen nach dem letzten Knochenartefakt das wird sicher hier irgendwo noch liegen aber pass auf das machen wir ein anders mal beziehungsweise könnte ich das schon nochmal ne ich könnte das Offscreen machen hier waren wir schon ich könnte das Offscreen machen genau bevor wir zu Schiff von Samuel gehen schaue ich mal nochmal zurück ob ich dieses Knochenartefakt irgendwo übersehen habe und wir sehen uns im nächsten Part wieder bis dann macht's gut haut doch hin euer Mr.Karjen